Jo, herzlich willkommen zu The World of Warships. Und wir machen noch um die Mitte Puppertier. Und B versuche ich auch einmal die C. Und das geht hier auch nicht. Let's see. Und das ist ja 11 Kilometer. 11,8 Kilometer. Ich höre nicht die Welt. Das ist mit der Warnung. Drei Kilometer. 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 Und die anderen stehen immer noch mit. Weiss nicht auf was die warten. Die warten aber auch nicht drauf dass jede losfahren. Und dann schauen sie wohl an. Als ich hier in diesem Cabin bin, habe ich da schon alles gekriegt. Naja. Aber es ist ja zu weit, dann geht es wieder schnell. Und dann geht es wieder auf die andere Seite. Und dann geht's nochmal bei den Schnellen, ich bin ein paar Punkte. Also, ich muss das mal von den Ballpotteln kommen. Ich bin ein paar Punkte. Ich bin ein paar Punkte, ich bin ein paar Punkte. Ich bin ein paar Punkte. Ich würde es nicht so gut gehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Unpokottiver. 1 1 1 1 2 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Und mehr Boga zu tun. Ach so? Und der komplett. Und der schluck jetzt gerade wieder. Ich bin der Heitberg. Das war das. Ich bin jetzt 54. Was? Haupttun, Kitz ist verschädigt! Problem gelöst! Friss... Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Wir haben einen Grundsatz. Kritischer Maschinenzahn! Neeeer. Ah, das war nie eine Treppe. Ich weiß nicht. Jetzt geht es nicht mehr. Oh Gott. Und schon wieder. Ah, schon wieder. Scheiße. Scheiße, jetzt kriegen wir Fisch. Das habe ich nicht gemacht. Da kommt noch so eine scheiss Phönix daher. Mann. Oh Gott. Komm, 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 komm. Nein. Oh Gott. Jetzt haben wir nur scheiß Rikess oder was ist, glämsen. Ja, ich dachte jetzt, krass. Die Messer hat sich nicht gut. Eine Mölle, die wir sehen. Eine Mölle, die ich vermitteln? Nein, naja, nur ich hab, meine Zeit. Ja, wenn ich mich einfach aufs Bödel bin, ... die Schiff, die Schiff. ... die Schiff. Die Schiff Prefx-Hör, die Schiff. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier ist, was ich jetzt hier ist. Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt hier ist. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Was? Was sind hier zwei Jahre? Ja, letzte Hoffnung. Ich bin mir Gott verstanden. Ich habe schon keine Chance. Ich lege mich nicht an. Und das war es dann. Woaah! Was ist denn? Lege mich gut. Ja, ich meine, da hatte ich eh keine Chance gehabt. Da hatte ich eh keine Chance gehabt. Aber immerhin haben wir ihn noch geholt. Ja, Pogadier, was soll's. Immerhin haben wir ihn noch geholt. Äh, was haben wir doch mal gesagt? 46.000. Ja, ist nicht schlecht für Pogadier. Aber dass die anderen so schnell draußen gewesen sind. Boah, Gotti. Ja, Gott, Pogadier, immerhin. Gut, nun war's das. Und ich sage mal Dank auf das Türlöcke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.